So, so, so. Gleich sind wir darüber laden hier. Wir gucken zu Hause, was wir da alles jetzt als Feines haben. Ich gucke hier nochmal kurz durch. Ja, Robin Hood, da hast du ja, äh, für die bei YouTube, ne, die so gesehen haben. Ähm, Robin Hood spiele ich ja gerade aktuell auch. Ähntel schon sehr von Richard, finde ich. Ähm. Ja, ähntel schon sehr. Aber du hast da definitiv nicht so viel Stuff in den einsammeln kannst wie hier. Also hier ist das schon echt übel. Äh, den werfen wir mal ruhig raus. Ich gucke gerade mal ganz kurz, so dass ich was wegschmeißen kann hier. Da muss ich ja gucken. Ey, ey, ey. Kiste, 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 Kiste. Dankeschön für dein Teamherz. Ähm. Den noch. Hier war noch ein Fragezeichen, glaube ich, ne? Ja. Swing your... Karton? Ich soll meinen Karton schwingen? Bitte was? Also so gut kennen wir uns jetzt noch nicht. Winnie, danke schön. Auf jeden Fall für dein Teamherz. Danke schön. Oha. 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 Ja, wie du siehst, bin ich doch live bei TikTok, Winnie, weil es hat heute funktioniert. Also die letzten... Ich weiß nicht, die letzten... Die letzten zehnmal hat es nicht funktioniert, das Spiel zu spielen mit TikTok-Studio. Heute hat es geklappt. So, einmal an Land. Ist das Game eigentlich blutig oder ist alles zensiert? Also das fliegt schon mal Blut, ne? Gerade wenn du jetzt irgendwelche besonderen Sachen auf dem Schwert hast, dem fliegen halt auch schon mal die Köpfe weg, ne? Ja. Läuft einmal frei. Guck mal einer an. Ich weiß, wie gesagt, die letzten zehn Male, ne? Jetzt guckst du das erste Mal hier wieder rein, ne? Und es geht. Es ist verrückt, oder? Es ist ja verrückt. Kommen wir hier ganz geschmeidig da oben hin. Am besten mit Plötze. Und Winnie, das ist ähnlich wie das andere, was ich letztes Mal gespielt habe. Wie das Robin Hood Ding. Das ist ähnlich. Ich weiß zwar nicht, was das Spiel mir damit sagen will, dass es jetzt auf einmal geht, aber wir nehmen es einfach mal so hin, wie es ist. Plötze? Also. Piespofer, falls du das spielen solltest, musst du dich auf jeden Fall daran gewöhnen, dass das Pferd ewig in der Ecke steht und du da ganz schlecht drankommst manchmal. Sieht entspannt aus, das Spiel. Ja, es kann aber auch sehr unentspannt werden. Und es dauert sehr lange. Also ich bin jetzt bei ca. 80 Stunden und ich habe noch nicht mal die Hälfte voll. Kann man das nicht ranpfeifen? Ja, doch, kannst du ranpfeifen, aber er stellt sich aus Prinzip immer unterm Baum. Oder letztes Mal, wo war er letztes Mal? Stand er im Wasser. War eigentlich neugierig auf das Spiel gestern. Ja, das kommt aber auch wieder. Kannst du es dir aber... Ach nee, das gibt es noch gar nicht. Stimmt. Kommt Zeit, kommt Rat. Heu, Pies. Überall dieselben. So. Den Flitz... Ne, warte mal. Da wollte ich doch hin. Mann. Hier hat alle hingeschritten. Hier sind fliegen. So. Schnellreise. Schnellreise. Ähm. Ähm. Joa. Warum ist das ein Ausrufezeichen an der Kiste? Den will ich da aber nicht rein. Dann quatschen die mich gleich wieder voll. Wir gehen mal hier hin. Wir gehen erst mal zum Schmied. Oh. Oh, guck mal ein Hund. Bini, da müsstest du eigentlich gleich mal das Lied einstimmen hier. Prösterkennen. Jawollo. Ach ja. Prösterkennen. So. Also heute mache ich mir auf jeden Fall keinen Kaffee, ne? Äh. Da brauche ich jetzt mal eine. Weil wir ja noch bis Viertel nach zehn circa machen. Viertel nach zehn, halb elf. So, wir verkaufen erst mal ein bisschen was, ne? Verkaufen. Verkaufen. Das behalte ich. Geht auch weg. Du solltest dich lieber einspielen. Meinst du, ich sollte das mal mit aufnehmen als Sound? Ach, war der Wuffi süß. Ja. War schon, äh, niedlich. War doch ein Border Collie Moped, oder? Winnie. Hallo zu, hallo nochmal bei Twitch. Ich will doch nur Wasser machen. Ich will nur, dass es blubbert. Ah, weg. Es blubbert im Karton. Tong, 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 tong. Okay, alter, wie viel, ey. Alle sieben, alle weg. Heck. Heck. Oh, oh, oh. Weg. Alle weg. Weil es bestimmt... Oh, sag ich jetzt verkauft? Egoi. Was ist, ich weiß ich nicht. Wenn es mich nicht weiß, dann ist es Egoi. Wenn ich es nicht weiß. Die Hose kann weg. Die Hose brauche ich nicht. Ich ziehe nie eine Hose an. Selten. So, was haben wir für eine Rüstung gehabt? Ich glaube, eine Zweier mindestens, ne? Darum würde das keinen Sinn... Ah, ja doch, eine Zweier. Also lassen wir die, kommt die denn auch weg? Ähm, genau. Okay. Dann gehen wir noch einmal ran. Nein. Ähm... Boah. Und auch weg. Das behalten wir noch. Achso, warte mal. Hier haben wir ja noch die. Auch noch, ähm... 3%. 5%. 3% kann weg. Hier sind 30 Rüstungsbewerbungen. 20 kann auch weg. Äh. Hier kann einer von weg. Okay. Was blubbert denn da? Oh. Ne, wohl. Herrlich, endlich. Wenn du jetzt noch weitere Punkte hättest, könntest du die nicht nochmal einsetzen, ne? Weil das ist, glaube ich, 11 Minuten, musst du da zwölf mal warten. Sachsen Gaming, mein Lieber. Grüß dich und vielen lieben Dank für deine Rate mit drei wunderschönen Zuschauern. Vielen, vielen lieben Dank. Danke, danke, danke. Katsching! Flo, dankeschön für 45 Bidys. Danke, danke, danke. So, Quest. Wollen wir neben Quest? Ne, wollen wir Hexerauftrag machen? Ich gucke mal, was die Level so angeht. Okay, die sind soweit alle ganz schick. Oh, Chris! Danke fürs SO. Erste Amtshandlung hier. Flur. Flur. Danke für 16. Hier hat man eine 17er bei. Hier sind auch 17er bei. Machen wir den. Sehr, sehr gerne. Dieses, diese zwei Worte, die du gerade gesagt hast, habe ich auch gerade in meinem Stream gesagt. Und das nicht nur einmal. Welche zwei Worte habe ich denn gerade gesagt? Also, ich muss bedenken, ich bin schon 24, ne? Ich vergesse das schnell. Oh, nein. So was machen wir hier nicht. Und da brauchst du auch gleich Lachen, Flo. Ach, guck, wo muss ich denn da jetzt wieder hin? Ach, das Gelligen ist das. Ja gut, gehen wir da hin, oder? Ist doch, oh, goll. Egal. Ach, war es da oben? Oha. Okay. Okay. Jo, geilo. Waren wir da schon mal? Ich weiß es nicht. Ich werde auf jeden Fall mal kurz hier pennen. Ups. Machen wir so. So, nun wieder richtig da. Warst du gerade nur halb da, ja? So. Frage, frag Ulu Dack wegen, ja, machen wir. Ulu Dack, fragen wir mal. Das ist ein... Ja, ja, das ist ein anderer... Liss war das, glaube ich, ne? Liss. Äh, das ist ein Borderline-Kolli hier. Glaube ich. Äh, klopf, klopf. Vati ist da. Palim, palim. Winnie. Ach, ne. Hase, danke für dein Winnie. Vielen, vielen Dank für dein Häschen. Ey, hier sind die Häschen. Das gibt es doch nicht. Kann ich die eigentlich... Oh. Das hast du nicht gesehen, Winnie. Das hast du nicht gesehen. Hast du nicht gemacht? Nein, 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 brauche ich auch nicht. Das ist, äh... Das ist so eine komische Animation hier im Spiel. Das ist ganz komisch irgendwie. Ganz komisch. Das ist eine komische Animation hier. Nein, das... Das sah nur so aus. Das weiß ich mir echt. Nein. Das war keine Seeschlange. Einfach dir einen Moment kaputt. Tut mir leid, Winnie. Tut mir leid. Kinder sind immer böser. Oft. Flü, danke schön für 29 BDs, mein Lieber. Danke schön. Danke schön. Hey, Teebeutel, grüß dich. Ich bin ja froh, dass Flo noch nicht so groß ist. Da ist der Chat noch nicht so fix. Ich kenne das anders. Teebeutel, mein Lieber. Wie geht es dir? Hohe Computerbelastung festgestellt. Erfahren Sie, wie Sie reduzieren kannst. Nein. Frage im Dorf nach... Serious. Serious. Machen wir mal. Nogatalo sagen nicht daheim. Was? Betreibt er sich hier wieder rum? Vanita wird nie Mod werden. Vanita möchte das nicht. Und die nächsten Mods wird es auch so schnell nicht mehr geben. Zwei Mods. Also es sind aktuell drei Mods. Gegebenenfalls vielleicht zwei. Schauen. Irgendwann. Zwei, drei Mods reichen vollkommen aus. Vorerst. Soll ich ehrlich sein zu dir, Flo? Aber es bleibt unter uns. Ich verrate es niemandem. Warum weinten wir nicht jetzt? Immer noch? Immer noch? Hase? Wollen wir mal andere Frisur machen? Nee. Das Genera sieht immer ganz komisch aus. Du bist bei einer Frau? Okay, ich sag's keinem. Ich verrate es keinem. Oha. Okay, bye, Brie. Mach's gut. Viel Spaß dir. Und danke schön für 50 BDs. Oh, guck mal. Hier sind die Hühner. Huch. 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 So. Äh, Battle ist noch Mod. Am Krabby nicht mehr. Also Major nicht mehr. Pflü, danke schön für deine Binnies. Soll ich am Ende Danke sagen, oder? Pflü, danke schön für deine Binnies. Ich muss mehr Sachen einfügen, dass ihr euch immer darüber unterhalten könnt, nur über dieses Hauen. Das finde ich gut. Okay. Naja, gut, sage guten Nacht, dir noch einen schönen Stream, aber morgen wird ein anstrengender Schultag. Denn eine erste Klasse und zweite Klasse, drei Blöcke. Gute Nacht und einen schönen Stream. Vielen lieben Dank, Sachsen-Gegner nochmal für deinen Rate. Okay, dir auch einen wunderschönen guten Abend, äh, guten Abend noch und schlaf schön später. Danke, danke. Danke für die Binnies. Vielen lieben Dank. So einen Kaffee könnte ich jetzt eigentlich auch nochmal vertragen. Guck mal, hier noch für das. Warte mal, wo befindet sich? War da doch ein Pfeil dran, oder? Und? Oben. Okay. Sven, der nichtsnutzige Sven. Huch. Das ist eine Pause. Ja, mach mal Pause bis nächste Woche. Danke. Okay, hier ist es nicht. Hier. Rennen doch nicht immer so, ey. Alter. Gibt viel aus. Das soll ich jetzt richtig? Fluch, danke schön, vielen, vielen Dank. Du hast doch gerade gesagt, du machst Pause. Valita bekommt Kaffee, woher? Und kriege ich daher auch einen Kaffee vielleicht? Ja, sehr gut. Okay, sehr gut. Danke schön, die Lieben, vielen, lieben Dank. Aus jetzt, Flo, aus. Okay, finde Eirek, machen wir. Oh, guck mal, hier sind Ziegen. Oh.